A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim, qul a'udhu birabbin nas. Sprich, ich nehme meine Zuflucht zum Herrn der Menschen. Dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers, der entweicht und wiederkehrt. Der den Menschen in die Brust einflüstert. Sei dieser von den Djinnen oder den Menschen. Djinnen 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 Vielen Dank.